Hallo und willkommen zur nächsten Mission der Sowjet-Kampagne, ja der vorletzten Kampagne, äh vorletzten Mission der gesamten Kampagne. Wir sind Variante B von 13 und ja gleich Geschichte, Chronosphäre erobern und Radarstation ausschalten und einfach anderes Map-Layout. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Sie Einstein in einem so schwach befestigten Gebiet verstecken wollten. Glauben Sie es oder nicht, Sie wollten. Und jetzt haben wir ihn. Der Sender ist nicht zu orten und hat eine Reichweite von 500 Meilen. Warum glauben Sie, dass die Alliierten versuchen werden, ihn zu befreien? Die denken doch bestimmt, dass er beim Angriff auf den Stützpunkt umgekommen sei. Das würden Sie sicher, wenn ich nicht Informationen über Einsteins Gefangennahme und den geplanten Termin seiner Exekution ausgestreut hätte. Keine Bange, die Alliierten werden schon kommen. Und wir können ihn verfolgen? Mit dieser Uhr? Ja, Genosse. Und er wird uns direkt zur Chronosphäre führen. Einstein ist weg, Genosse. Die Alliiertenkoordinaten kommen gerade rein. Mit der Chronosphäre und dem eisernen Vorhang sind wir bald unbesiegbar. Stell dein Einsatzteam zusammen. Seien Sie vorsichtig. Das Radar der Alliierten sendet automatisch einen Selbstzerstörungsbefehl an die Chronosphäre, wenn ein Eindringling geortet wird. Wenn Sie also entdeckt werden, bevor das Radar außer Gefecht ist, können wir die Chronosphäre verlieren. Die Chronosphäre zu verlieren. Daran dürfen Sie nicht mal denken. Verstärkungen sind eingeführt. Dieses Mal kommen wir von der Nordseite. Gleiche Truppe ist das, glaube ich. Garfin-Tennis natürlich auch gleiche Geschichte. Und dann kommen wir in den Nordrhein. Basis aufbauen. Zwischen weiß ich hier mehr oder weniger. Okay, die... Oh. Jetzt einfach nur in den Süden, wie es aussieht. Und da ist er schon wieder. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist so lästig. Ich habe jetzt ja leider auch nichts gebaut. Direkt Zeit verloren. Blimm. Hier kann man auch einige seine Ressourcen sammeln. Konstruktion abgeschlossen. Ich hoffe, dass klappt. Ich hoffe, dass klappt. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Na doch, okay. Wir sind... In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Die Mapp geht schon ein bisschen mehr in die Breite. Bestätigt. 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 Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Okay. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. So, nach und nach mal Tag Tree aufbauen. Konstruktion abgeschlossen. Und dann ist ja gleich inzwischen ein paar Panzer bauen können. Wird gebaut. Um unsere Armee zu verstärken. Große Armee ist ja an sich erforderlich. Unser Schutzpunkt wird angekündigt. Und dann ist wieder ein Angriff vorbei. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bau. Ich möchte fast meinen, die können uns nicht leiden. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Hab ich euch schon eine Einheit verloren? Wird gebaut. Ja, mir fehlt ein Konstruktion abgeschlossen. Mir fehlt eine Artillerie, aber die sind auch nicht unbedingt... Wird gebaut. Sehr. Die halten nicht genauer. Wird nicht mehr bestätigt. Einheit bereit. Wir reparieren trotzdem mal das Zeug, das wir haben. Wird repariert. Ich möchte echt sofort nochmal... Ja, Sir. Ja, Sir. Melde mir in Ordnung. Mal ein Kraftwerk hinstellen. Technologiezentrum schnell aufbauen. Einheit bereit. Wird gebaut. Nicht schon... Einheit repariert. Genau, ich bau zwei Raketenwerfer. Wird repariert. Hier ein Einzelordnung. Konstruktion abgeschlossen. Wird repariert. Neue Bauoption. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Das ist ja schön. Der Schlusspunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Erwarte Ihre Befehlordnung. Konstruktion abgeschlossen. Okay, das nächste, was hier reinkommt, ist eine Flaggstellung. Mann, Mann, Mann. Neue Bauoption. Neue Flugzeuge, der hier. Wird repariert. Wird gebaut. Oh, ich kann einen eisernen Vorhang einsetzen. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoption. Heliport noch. Wird gebaut. Wenn wir mal einen Panzer anwerfen, hier kann ich doch eine Sammelstation hinstellen. Die Jungs fressen sich hier durch, natürlich. Ihr Einsatzfahrzeug. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Ihr Einsatzfahrzeug. Einheit bereit. Wird gebaut. Damit haben wir nämlich unsere ganzen Sachen. Neue Bauoption. Unserstützfonds wird angegreifen. Eine Tesla-Sprule auf, einfach um. Damit mich das hier nicht nerft. Wobei, vielleicht brauche ich zwei. Eine links, eine rechts. Konstruktion abgeschlossen. Noch ein eigenes Kraftwerk dafür. Wird gebaut. Energie, wie die Dinge fressen. Einheit bereit. Konstruktion abgeschlossen. Wo ist da? Wird gebaut. Nicht die hier noch rein? Ich hoffe, dass ich die da reinstehe. Vionageflugzeug bereit. Ja, Sir. Wunderbar. Gestoppt. Abgebrochen. Einheit bereit. Wird gebaut. Hier da unten ist. Unzureichende Finanzmittel. Ne. Da ne. Konstruktion abgeschlossen. Einheit bereit. Andere U-Boot-Warf wäre natürlich auch hilfreich. Wird gebaut. Dass wir dann auch das Wasser erkunden können. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoption. Geht doch. Rückführstück. Wie viel Energie braucht der Vorhang? 200. Einheit bereit. Ja, Sir. Ordnung. Bestätigt. 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 Die Wasserwege. Ich glaube, ich bin auf höchstem Spieltempo. Ja. Wird gebaut. Wir gehen jetzt einfach mal ein einzelnes, weil das U-Boot ist ja im Generellen unsichtbar. Einheit bereit. Tag mäßig haben wir alles. Wird gebaut. Spionageflugzeug bereit. Einheit bereit. Wird gebaut. Das ist schön. Ich kann ein ganzes... Konstruktion abgeschlossen. Ah, nicht ganz. Ein ganzes Großkraftwerk für den Tesla-Turmort hinstellen. Melde mich wie befohlen. Wird gebaut. Hier Einsatz bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Einheit bereit. Ja, Sir. Bestätigt. Verstärkungen sind eingetroffen. In Ordnung. Einfach mal ein paar Jungs ab. In Ordnung. Bestätigt. Und da ist vier abwartet. In Ordnung. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Erwarte Ihre Befehle. Erwarte Ihre Befehle. Erwarte Ihre Befehle. Wird repariert. Okay, da haben wir nicht genügend Platz. Erwarte Ihre Befehle. Einheit repariert. Wird gebaut. Ja, Sir. Ich glaube, die Jungs sind unten gestrandet. Sofort. Wups. Sorry. Hier auf jeden Fall sehen wir da. Unser Stützpunkt wird anbieten. Ihr Einsatzfahrzeug, ja, Sir. In Ordnung. Einheit bereit. Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. Da ist ein Landesschiff unterwegs und das... Bestätigt. Bestätigt. Wir brauchen Silos. Wird gebaut. Wir brauchen Silos. Wir brauchen Mammutpanzer. Wir brauchen Silos. Ja, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. Soll ich denn jetzt das hier haben. Bestätigt. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Einheit. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Einheit verloren. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Einheit bereit. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Das Schöne hinter dem Mammutpanzer ist auch, dass sie Antiräer haben. In Ordnung. In Ordnung. Einheit bereit. Bestätigt. Bestätigt. Wird gebaut. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. So, Frage ist, ob ich hier... Ne, bin ich noch zu weit weg anscheinend. Einheit bereit. Wird gebaut. Abgebrochen. Konstruktion abgeschlossen. Wir brauchen Silos. Ja, Sir. Ja, Sir. Wird gebaut. Bestätigt. Einheit bereit. Bestätigt. Aber haben Sie Ihre Befehle. Bestätigt. In Ordnung. Schön, dass der Heli immer mitfliegt. Ja, Sir. Bestätigt. Einheit bereit. Bestätigt. In Ordnung. Jetzt geht's mal drum, den Gegner ein bisschen zu zerstören. Oh, die Brücke. In Ordnung. Klar, wir haben so viele Mammutpanzer, dass auch... Je nachdem, die Helikopter kein Thema sind. In Ordnung. Bestätigt. Und jetzt scratschen wir mal hier unten rein. Um uns einen Mining zu unterbrechen. Wir steigen unsere Umbude da auch mit rein. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Und weil der Baut her. Bestätigt. Ein, der Öffn. Bestätigt. Wenn mal... Die Schiffe loswerden, während es nur geht. Wir brauchen sie loswerden. Wir brauchen sie loswerden. Wir brauchen sie loswerden. Bestätigt. 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 So, mehr Schiffe versenken. Kleine schön. Das Ding muss weg. Das Ding muss weg. Er baut noch nach. Bestätigt. 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 das geht das ziel ist dass er nichts mehr nachbauen kann wunderbar irgendwie hier noch ein scout in die ecke ich wollte eine weitere wirft aufstellen nein böse computer gegner wir wollen jetzt einfach weiter sagen wir uns irgendwas ist da oben noch dann müssen wir das nicht das ich glaube der hat wieder einen Tarngenerator in der Ecke das ich meine wenn man auf gegnerischen Widerstand trifft dann muss das ein Ort sein der noch Relevanz hat bestätigt in Ordnung bestätigt ja da unten ist es doch in Ordnung also ähnlich die Maps sieht der ersten Level wahnsinnig wahnsinnig ähnlich wenn man das mal so sagen darf bestätigt in Ordnung also der Aufbau gerade das hier unten dieses letzte Eck bestätigt ist ja fast gleich bestätigt bestätigt in Ordnung in Ordnung ey die kommen sogar ran sehr schön genau euch wollte ich noch los die Dinger meine Reichweite in Ordnung in Ordnung Zielpläne ähm Verstärkungen sind eingetroffen Ihr Einsatz war in Ordnung bestätigt wir brauchen Silos in Ordnung Ihr Einsatzfahrzeug seid die falsche Gruppe weil die kommt nicht über das Wasser hier wir brauchen Silos bestätigt in Ordnung wir brauchen Silos bestätigt in Ordnung Einheit bereit melde mich wie befohlen bestätigt wird gebaut in Ordnung Oh da hat schon wieder eine Brücke über die man da drüber kommen muss Einheit verloren Einheit bereit Ja Sir wieder die Frage ob Ziel wählen ne hier ist keine das heißt bestätigt in Ordnung das heißt das läuft vermutlich ab wie die letzte Mission da drüben ist gar nichts das ich muss da unten noch die Radarstation ausschalten und dann haben wir nicht alle Bestätigt Einheit bereit Hier ist vielleicht noch irgendwas in Ordnung bestätigt vielleicht unsere U-Boot immer bis in die hinterste Ecke wird gebaut bestätigt Jawohl Einheit bereit sofort wird gebaut Ja Sir Einheit bereit Ja Sir Ja, ihr schafft das Jungs Ja Sir In Ordnung mehr gern Wir haben mehr kaputt gekriegt als ich erwartet hab Einheit bereit Ja Sir In Ordnung Bestätigt Einheit bereit Verloren Einheit In Ordnung Bestätigt wird gebaut In Ordnung Unzureichende Flugzeug Bionageflugzeuge Bestätigt In Ordnung Irgendwas ist hier wahrscheinlich noch Einheit verloren Oh, er hat keine Energie mehr Einheit verloren Bestätigt Habe ich meine Ingenieure ready Ziel wählen Verstärkungen sind eingetroffen Bereit sofort Hey Ja Sir Sofort Natürlich So Wird bearbeitet Jungs Bestätigt Melde mich Bestätigt Bestätigt In Ordnung Ich glaube das war das letzte Äh, wir machen mal ein Safety Save Für alle Fälle Bestätigt In Ordnung Ja, es geht mal In Ordnung Ich kriege mal keine direkte GMO-Nachricht Das heißt, wir müssen nur noch unsere Bionageflugzeug bereit Wo auch immer unsere Ingenieure unterwegs sind Was Eure Wegfindung, ne Bestätigt Ja, es geht Bestätigt Bestätigt Aber gut Altes Spiel Darf man nichts sagen Ziel wählen Bestätigt Bestätigt Wir brauchen Silos Können sich's theoretisch zurückklauen Aber ich glaube nicht, dass er das noch hinkriegt Wir Einsatz erfolgreich Das Teamwork war tatsächlich der A-Version wahnsinnig, wahnsinnig ähnlich Aber, ja, das soll es geben Ich meine, wir hatten im, gut, das war noch im ersten Spiel Das war im originalen Commander Conker Dass da eine Mission 1 zu 1 gleich war Und nur anders getitelt wurde Das gibt's hier nicht Aber, ja, Ähnlichkeiten sind da Vergessen meinen Namen einzutragen Ja, und damit sind beide 12er Missionen zu Ende Und damit verbleibt uns nur noch der Ansturm auf London Ähm, beide 13er Mission Mission 14 Auf jeden Fall, die letzte Mission verbleibt uns da Das gibt's dann beim nächsten Mal Vielen Dank fürs Zusehen Macht's gut Und Ciao